Geht's euch gut? Ja! Er hat mich gefragt, ob ihr die Steuererklärung vom letzten Jahr nochmal machen sollt oder ob die dämliche Schwiegermutter drei Monate zu Hause bleibt. Er fragte, geht's euch gut? Ja! So, wenn wir das alles haben, dann geht's los. Stefan, vier auf den Wohl runter und ihr brüllt uns an mit Tanz, Tanz, Tanz im Takt. Also, vier, drei, zwei, eins, zwei, neun, neun, Tanz, Tanz, Tanz! Also, ich sitze hier zusammen mit den Dudelswergen in Komplettformation. Die Emilia, Uwe, Janischa, Drusus und Beatus. Ja, herzlich willkommen hier in Herne. Finde ich echt toll, euch jetzt endlich auch erstes Mal live gesehen zu haben. Ja, mir wurde ja vorher schon Prügel angedroht, wenn ich dumme Sprüche zu dem Namen Dudelswerge mache. Wie kamt ihr auf den Namen? Die Abfolge! Oh, mein Gott! Oh, mein Gott! Und hier aus Mutti, mehr geht's gut. Hier drin ist nur Milch. Habt einfach Spaß an Musik.